Hallo, hier ist Martin von MoneyMankies, das ist die DAX-Analyse für Freitag den 13. Freitag der 13. August und unser DAX hat die grüne Ampel genutzt und ist ja über die Straße gegangen. Relativ straight, hat hier klar einen Schritt nach vorne gemacht, also das war, da gab es nicht viel Widerrede, sagen wir das mal so. Also, der hat am Anfang sich schön auf der 8.50 stabilisiert, das sind die alten Hochs gewesen, das hat gut gepasst, hätte auch einen Ticken noch tiefer sein können, aber das ist vollkommen okay, das ist Rücklauflevel gewesen und ich hätte gedacht, der geht noch einen Ticken tiefer, weil er das zum Vortag ja eben auch schon probiert hatte, dann aber nicht stimmen könnte oder nicht richtig rausgehebelt hat, aber das ist vollkommen okay gewesen und dann kam es hoch, neue Hochs und dann hat das Ding seinen Lauf genommen. Damit ist der Trigger im Ziel komplett ausgefahren, lange hat es gedauert, sehr lange hat es gedauert, auch sehr sehr lange, wenn wir mal gucken, was wir den ja hier schon gesetzt hatten und er die ganze Zeit immer dran rumgescharrt hat. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wir zeichnen ja immer, also ich mache das ja auch aktiv, zeichnen immer die Route rein, die er dann auch ein bisschen halt soll, die auch so ein bisschen Sachen schon vornimmt, dass man zum Beispiel sagt, naja, oben bei 9.40 ran, bestimmt vielleicht auch noch 9.75, um da die Stops rauszurupfen. Das ist der Wortlaut von gestern gewesen halt, das ist nicht ausgedacht. Und dass er dann da wieder drunter dreht halt, das war die Erwartungshalte von gestern. Wenn ich jetzt so den Tag sehe, wie der da oben ist und wie viele da Short gegen gehandelt haben, weiß ich nicht, es fehlt mir echt an Fantasie, dass der hier tatsächlich runterkommen soll zum Freitag. Also deswegen ist es immer ganz interessant, wenn man sich vorher einen Plan macht und dann sollte man auch aufpassen, dass man sich da einen Plan ein bisschen richtet. So, da oben sind jetzt noch keine fetten roten Stundenkerzen gekommen, aber ich glaube, man sollte zum Freitag jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir das hier so eingezeichnet hatten. Weil das der Grundgedanke des Ausbruchs war, dass er oben da nochmal ein paar Stops rausholt, 9.50, 9.40, 9.75 und dann gegebenenfalls vielleicht schon nochmal runterkommt, Richtung 7.90, Richtung 8.30 und so weiter und so fort. Das heißt, sollte er zum Freitag tatsächlich jetzt anfangen abzudrehen? Natürlich, natürlich, wenn der jetzt abdreht, glaubt ihr, wie die Leute alle long dagegen handeln halt. Also die, die am Donnerstag da Short drin waren, die lösen ihre Shorts dann auf, relativ schnell, das wäre zumindest ein typisches Verhalten und stellen sich dann long und dann läuft er vielleicht den ganzen Tag zurück und stellt sich wieder einen ziemlich schlusslichen Wochenschluss rein. Also ich würde da einfach aufpassen, wenn jetzt rote Stundenkerzen kommen, das war die Grundidee, die wir gestern hatten, warum soll die jetzt plötzlich nicht mehr gültig sein halt, wenn der DAX doch genau auf der Route liegt, genau auf dem Pfeil liegt, genau das gemacht hat. Genau die 9.40 erreicht hat, genau die 9.75 kurz angestoßen hat. Ja, Punkt. Auch wenn ich, ganz ehrlich sage, ich schwimme schon ganz schön, ihr merkt das vielleicht beim Erzählen, muss ich schon ein bisschen schwimmen, weil das ist eine gute Vorstellung gewesen. Auch der Tagesschart, das sieht gut aus. Also das sieht auch echt aus wie, der hat jeden Tag nicht abverkauft halt, ne? Und wir haben uns das gestern ganz detailliert angeguckt, wie reagiert der DAX auf den Folgetagen. Und das, was wir hier sehen, so eine grüne Tageskarte, nachdem ein neues Allzeithoch gekommen ist, das haben wir halt schon echt eine ganze, ganze, ganze Weile nicht mehr gesehen. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ne? Und er hat das Band jetzt oben aufgedreht. Also wenn der da jetzt noch weiterläuft, der ist frei eigentlich halt, ne? Er hat nichts, was ihn hier begrenzt jetzt. Er hat nichts, was ihn hier begrenzt. Er könnte sich hier frei, also theoretisch aus Tagessicht, ist hier das erste richtige, aus Tagesebene. Ja, auf Tagesebene ist das erste richtige Zielbereich dann halt auch einen ganzen Meter weiter oben, ne? Aber, oberes Bollinger-Band ist jetzt auch nicht ganz so leicht wegzunehmen, haben wir die letzten Wochen, Tage öfter gesehen, ne? Selbst hier in so starken Anstiegsphasen ist ihm das nicht immer so leicht gefallen, aus dem Band rauszusteigen, ne? Das ist sowas, das klappt immer im DAX, also hier in so schönen Bewegungen, aber auch hier, ne? Eine klare Seitwärtsphase, eine lange Ruhm, dann einmal raus und dann konnte er loslaufen. Hier ist ja auch so eine lange Seitwärtsphase. Na, ja. Wir können uns eigentlich relativ einfach einigen. Und zwar alles, was jetzt über 15.000, 69.000, über 16.000 geht, hat oben freien Eskalationsspielraum. Punkt. Das ist einfach so, ne? Also grundsätzlich würde ich aufgrund übergeordneter Chart-Situationen, Wochenchart, Monatschart, würde ich denken, dass der das nicht hinkriegt, ne? Dass der hier wirklich bloß Stops rausfrisst und sich wieder runtertritt. Der würde sich hier einen Bereich jetzt suchen, wo die Leute das nicht unbedingt alle auf dem Schirm haben, dass er dann da vielleicht wegschmiert und dann würde er sich einfach eindrehen. Aber das kann im Zweifel, wenn wir das mal hier sehen, der kann theoretisch jetzt an einem Tag auch hier locker schon über so eine 16.200 rüber. Und dann steht er am Folgetag an einer 16.600. Das ist, das wäre jetzt hier kein Akt. Das ist Freiland, ne? Der kann sich richtig austoben. Also ich möchte da oben jetzt nicht unbedingt Short drin haben, ne? Das, 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 das ganz klar, das kann ich ganz klar formulieren. Auch wenn ich mir vorstellen könne, dass der DAX nachhaltig fährt, das ist für mich kein Bereich, wo ich mir hier Short suche. Also wenn wir dann fette rote Tageskerzen kriegen, die die grünen auskontern, was habe ich jetzt gesagt? Habe ich es richtig gesagt? Fette rote Tageskerzen bekommen, die die grünen auskontern, dann, ja klar, dann würde ich mir auf jeden Fall hier auch Shorts gönnen, auch auf dem Bereich. Ne? Einfach auf die Idee hin, dass er wieder die Allzeit hoch nicht gestimmt kriegt, wieder nur zurückdreht, wieder abverkauft und sich vielleicht der Richtung 200-Tage-Linie mal entwickelt. Aber so wie er jetzt ist, würde ich jetzt nicht in den grünen Kerzen oben Short-Position suchen. Das ist, ne, das, das ist so eine typische Stelle, wo viele einfach auf die Idee kommen, ah, jetzt leg ich hier Short rein ohne Stop-Loss und kriege ich hier auf jeden Fall wieder raus. 50 Punkte, easy money. So, ja, und dann kommt so eine lange grüne Kerze und dann kommt noch eine, das haben wir oft genug gesehen und deswegen wird es nicht probieren. Das muss nicht so kommen, aber das Risiko ist ja da. Ja, ne, und ich glaube, der lässt sich leichter long holen. Also auch unsere Elisa, die hat heute hier kurz einen Prozess, also das war, das war der, den Trade, wir haben long freigegeben, den hätte ich mir wesentlich schwieriger vorgestellt. Easy gelaufen halt, ne, also das hat er, hat der Dax, der hat er nicht groß rumgemuckt einfach und ich denke, das wird hier so ähnlich laufen die nächsten Tage. Also, wenn der über 960 bleibt, ne, passend wäre jetzt zum Beispiel zum Freitag nochmal schön rauszustellen, vielleicht ein bisschen tiefer zu starten, nochmal rauszustellen, dann Montag mit Aufwärtsgap reinzugeben und dann wird der Montag wieder so ein Make-or-Break-Tag. Ne, entweder der legt sich dann vom Aufwärtsgap wieder direkt nach unten und drückt das alles wieder zurück, drückt den kompletten Freitag zurück und geht wieder auf so eine 900. Ne, das wäre eine Option. Oder der Dax lässt einfach am Montag dann das Aufwärtsgap offen und rennt weg. Ja, und diese Option, dieses, dieses, dieser, dieser Freiraum hier, vor dem habe ich Respekt, so aus, aus, aus Trading-Sicht, deswegen möchte ich da keine Shorts haben. Ne, und schon gar nicht irgendwo was Unabgesichertes. Das kann ich mir immer wiederholen, sobald rote Tageskerzen reinkommen und der, der anfängt wieder umzudrehen. Ne, dann kann ich wieder anfangen, hier Richtung 200-Tag-Linie zu traden und so weiter. Aber das hier momentan, das, also das wäre mir, das ist mir Risiko. Ja, ähm, ja, übergeordnet sehe ich durchaus Potenzial, dass der umkippt, dass er es nicht gestanden kriegt. Dann sprechen auch ein paar Sachen einfach auf, auf der oberen Ebene wirklich dafür, dass er es nicht gehalten kriegt. Aber, äh, solange die grüne Kerzen kommen, dann, das, das ist kein Startsignal. Das ist auch keine Bestätigung dann für so eine TESA. Ne, da brauchst du rote Kerzen. Ne, und das, das ist eigentlich was, was sie bei mir eigentlich immer durch die Bank durchhört. Ne, dass, wenn wir Shorts handeln wollen, dann eben auch wirklich mit einer Grundlage. Nicht einfach so, an irgendeiner Linie, nicht einfach so, weil, äh, was könnte und müsste, sondern, da muss Schwäche reinkommen. Ja, da muss Schwäche reinkommen, dann kann man da mitgehen. Natürlich auf der Long-Seite genauso. Ja, so, also das, das übergeordnete Perspektive vielleicht noch für den Hinterkopf, dass da oben so ein bisschen, ja, wie, wie, wie Deckel offen ist, ne. Ne, hier auf Stundensicht können wir sagen, haben wir, haben wir noch Widerstände bei 16, 22, 16, 1, 18 und dann hier oben diese, diese Kante, die ist zum Freitag um die 2, 80, 2, 90 rum. Das ist erreichbar. Das ist erreichbar, ne, wenn ihr den Fallwinkel hier so ein bisschen oder den Steigungswinkel ein bisschen anguckt, ähm, das ist, das ist erreichbar, auch zum Freitag schon. Ja, und wenn ich am Montag gebt, dann direkt ran. Freitag vielleicht hier hoch, das gebt er dran. Also, wenn der rüber geht, wenn der weiter steigt, über 9, 60, muss das nicht an der 16.000 enden. Das ist alles, was ich sagen will, ne. Und wenn der hier aber bleibt und zum Freitag anfängt runter zu trudeln, dann muss man auch aufpassen, dass man nicht dann plötzlich, wenn dann die roten Kerzen endlich kommen, den großen Long-Enthusiasmus entfacht. Weil das ist das, was die meisten oft machen, ne, sitzen dann hoch zu die ganze Zeit short und dann fängt der Markt an zu fallen, die sitzen alle Long drin. Ja, da wird dich einfach ein bisschen aufpassen, ja. Wenn da rote Kerzen kommen, dann mindestens ein Umkehrsignal erst abwarten, um dann Long zu handeln, ansonsten kann der echt, der kann komplett von früh bis spät bis zum Handelsschluss, kann der durchfallen am Freitag. Der muss ja nicht viel Strecke machen, ja, aber so in die 97 rein bis Handelsschluss, das wird der hinkriegen, wenn der anfällt. Ne, was man häufig sieht, ist so ein kleiner, schwacher Start, bis ich sag mal, vielleicht der Xetra ein bisschen da rumgeeiert und dann dreht sich der Markt so auf, läuft bis Tagesende hoch, das sieht man sehr oft am Freitag, oder halt dieses, dieses Wegtrudeln. Ne, also da, da würde ich einfach ein bisschen aufpassen. Ich denke, das, man kann das, man, also ich würde es mir, ich würde es mir selber, wenn ich es handeln würde, komplett einfach machen. Ne, einfach jede Stunde drauf gucken, ist der DAX jetzt oberhalb von 69 oder so unterhalb? Ne, und dann weiß ich schon, wenn der oberhalb von 69 ist, na, dann gib ihm noch mehr Platz oben, räum ihm noch ein. Und wenn der schon bei 16.200 steht, na, dann scheiß drauf, dann kann er bis Feierabend halt noch 250 schaffen, das ist mir mir dann egal. Aber wenn der über 69 steht, hat er eben oben seinen Spielraum. Ne, bis sind die Zonen, bis sind die einzelnen Linien hier immer dran, dann kurze Reaktion, dann gegebenenfalls weiter. Ne, sollte der unter 69 stehen, ah, und hier anfangen zurückzutrudeln, würde ich das mit Risiken, also mit ein bisschen Grundskepsis sehen. Ne, interessant wird dann der Bereich hier oben 8.95, das ist eine schöne Unterstützung jetzt. Ne, 8.95, 9.20, das ist jetzt schon eine schöne Unterstützung, stand jetzt schon. Ja, die kann schon ein bisschen nach oben drehen, für so einen frühen Touchdown wäre das gut, ne, wenn er tags früh schwach rein startet und er geht auf den 29, 8.95, dreht sich dann hart nach oben, dann eher lang. Ne, aber wenn wir sehen, der dröselt sich so Stück für Stück und fällt dann einfach durch, dann fällt er wieder bis Abend durch. Das haben wir so oft, das haben wir so oft schon gesehen, gerade an Freitagen, ganz oft schon. Na, ganz oft in dieser Kombination halt, ne, der Donnerstag sucht diese unglaubliche Stärke, ähm, alle denken, der wächst bis sonst wohin, bis hinten Himmel, ne, und dann fängt er am Freitag an zu fallen und hört gar nicht mehr damit auf, halt, ne, fällt bis hinten Feierabend rein und alle longen nur den ganzen Tag dagegen, weil sie so eingetriggert sind in dieses longen und dieses Denken. Ach, ich handel keinen Short mehr, longen ist das Einzige, was hier funktioniert, ne, und deswegen da einfach ein bisschen aufpassen. Das ist mir wichtig, hier mitzugeben, und mehr kann ich und möchte ich auch gar nicht mitgeben, das sind so die zwei, ich sag mal, Erfahrungsblöcke, die ich für den Freitag mitnehmen kann und die ich hier mitgeben kann. Das ist einmal der Blick auf den Tagesschart und das ist dieses eigentlich ja sogenannte Risiko, könnte man schon sagen, was auf der Oberseite liegt, ne, weil er sich da echt austoben kann und auch richtig einrennen kann, ne, der kann da richtig anfangen, Bewegung zu machen, aber die übergeordneten Zeiten sagen schon, naja, der hatte schon eine gewisse Trennschwäche. Ob der jetzt da nochmal richtig Tempo aufnehmen kann, ist schon, darf angezweifelt werden und deswegen würde ich hier Freitag und Montag schon ein bisschen drauf achten, ne, also Freitag jetzt eben, wenn er anfängt, sich von 69 nach unten wegzutrudeln und Montag halt mit diesem Aufwärtskipp. Aber da sprechen wir morgen nochmal drüber, das gucken wir uns in Ruhe nochmal an. Jetzt soll erstmal der Freitag hier sein Ding machen, aber den Pfeil, den wir gesetzt haben, ich finde nicht so abwegig, ja, und ich würde vielleicht ansonsten hier aber auch noch einen Long Trigger mit reinnehmen, dass man halt so sagt, so, ja, dass man nicht vergisst, dass hier auch über 16.000 halt das Ding nicht zu Ende sein muss, ne, dass der genauso wie hier unten theoretisch auch einfach durchlaufen kann, ne, und da würde ich auch wieder so vielleicht Zweier hinmachen. Dass man nicht vergisst, dass der da ein ganzes Stückchen Platz hat, ne, so in die Richtung würde ich es machen. Können wir hier unten mal erstmal ein bisschen aufräumen. Ja, und dann gucken wir später dann hier unten, wo, wie, was raus muss, ne, Aufwärtsrennen, der, denke ich, geht hier relativ klar lang, das wird jeder erkennen, kann auch jeder selber ziehen. Aber jetzt, glaube ich, ist erstmal der Fokus auf oben wichtig, ne, und die 960, 940, wie wir das, wie, wie, wie verhält er sich jetzt dort, ne. Der Plan am Vortag war ja, läuft dort rein, stoppt da oben an der 975 Leute kurz aus und dann kommt er schon wieder zurück und, äh, getaner Dinge quasi, ne. Gut, ich mache hier aus, ich wünsche euch viel Erfolg zum Freitag, gutes Gelingen und dann schon mal ein schönes Wochenende für die, die mich nicht nochmal hören. Bis dahin, tschüss. Ja, tschüss.